Die Stadtkirche wurde vor 1153 erbaut. 1944 wurde sie zuletzt zerstört und stammt in ihrer heutigen Bauweise aus dem Jahr 1952. Besonders sehenswert sind der aus dem Jahr 1318 erhaltene Turm, der den Bombenangriff 1944 unversehrt überstanden hat, und die Glasmalereien im Chor. Im Mittelalter hatte die Stadtkirche eine enge Beziehung zum Zisterzienserkloster in Äußertal. Stadt und Kloster unterhielten die Kirche gemeinsam, weiß Gästeführer und Wein- und Kulturbotschafter Armin Klein. Hier in der Stadtkirche von Anweiler, der früheren katholischen Kirche, haben früher die Mönche des Klosters Äußertal die Heilige Messe gelesen. Aber diese Mönche hatten natürlich auch noch mehr Aufgaben. Die waren auch Burgkapläne auf der Burg Triefels. Und dieses Kloster in Äußertal, das wurde im Jahre 1148 von einem Ritter, Stefan von Mörlheim, gegründet. Und diese Mönche hatten umfangreiche Aufgaben, auch auf der Burg Triefels. Die haben dort die Messe gelesen auf der Burg Triefels, die Reichsinsignien bewacht. Und was eine der Pflichtaufgaben der Mönche war, den Kindern der hohen Herrschaften Lesen und Schreiben beizubringen. Und den Weg, den diese Mönche gingen, den gibt es im Prinzip heute noch. Der sogenannte Mönchsweg, den kann man heute noch wandern. Und der wurde vor einigen Jahren wieder zugänglich gemacht. Und da kann man laufen heute vom Kloster Äußertal zur Burg Triefels beim Kloster Äußertal. Da gibt es einige Schautafeln, wo man die Geschichte des Klosters und der Mönche nachlesen kann. Nach der Französischen Revolution wurde die Stadtkirche säkularisiert. Der Altar, die Kirchenstühle und die Orgelpfeifen wurden ausgebaut. Im Gebäude wurde dann eine Bäckerei für das Militär eingerichtet. 1804 wurde die Kirche wieder instand gesetzt. Der Rundgang geht weiter über den Rathausplatz am Rathaus vorbei zum Brunnen.